neue folge pokémon schild wonderlok challenge so wir sind immer noch in der höhle und sie müssen uns hier ein müssen sie eine massen durch ich habe vergessen zu heilen so ein idiot aber ich bin eh mit bei man vorne müsste damit fertig bitte wäre sehr cool wenn du mit dem dick da fertig wirst weil unser starter der ist angeschlagen immer noch sagt man ja ein level drüber und bis macht erstauner ist nichts effektiv obwohl erstauner ist erstauner ist da ist doch geist oder war das unlicht aber eigentlich damit wäre es geist dann ist es ja eigentlich sehr effektiv sein oder was war nicht sehr wirklich keine ahnung an die wegen fee oder ja unlicht und typ fee resisted und ich glaube auch für die unlicht bin ich wegen unlicht ne ja doch geil doch ist du geist und es ist nicht effektiv auf mich fee ist glaube ich normal effektiv auf geist und ich glaube auf unlicht ist es nicht sehr effektiv so ist es dann nicht sehr wichtig ich weiß auch nicht was ich kann aber ja doch kratzer macht ordentlich schaden geschahen machst du nicht die all die hälfte okay gut ist so auf dem gleichen level sehe ich gerade es ist boden oder aber der ist angeschlagen ich will jetzt nicht schon ein teammitglied verlieren vor allem da wir nur drei haben wir haben nur drei stück auf der nächsten route haben wir zwar wieder eine chance aber ja trotzdem sind wir halt immer noch bei drei männer schon eins kapieren muss wäre nicht so geil kürtige hit und er könnte mich weg weg fetzen hat er gesehen wie stark der der kratzer war ich bin leider auch nicht stark genug um halt ding zu machen und trug tränen oder so ein scheiß bringen auch nichts ist hängt ja nur die spezialverteidigung kratzer sehr physisch wenn wir auch nichts wo gehe bis als recht blödsinn noch schwächer kann halt gelegentlich zurückschrecken aber bringt mir halt eigentlich auch nichts gelingt nur wenn sie sofort eingesetzt wird in der anwender das kampfwerk betreten hat okay also ich kann jetzt sogar gar nicht mehr einsetzen lol ich kann ihn verwirren und dann hoffen dass er nicht trifft das kann ich machen aber ist er nicht sogar schneller als ich wo ich muss jetzt viel überlegen also ohne scheiß ist auch klar bei der so einer nasslock challenge und halt wunderlock challenge wie auch immer soll ich mit schmeicher probieren er trifft sich eh nicht selbst ich kenne mein glück der trifft sich eh nicht selbst kommen wir auch bis kratzer siehst du der ist auch eh schneller siehst du stimmt auch ich habe kommen wir vergessen ich habe ja noch die beere kann mich auch ein bisschen absichern also killen wird er mich damit nicht können ok ja doch kratzer wird mich nicht killen können da muss ich halt danach wieder ein trank einsetzen dann ist es halt so oder hat die noch ist noch irgendwas 2 nrc mal gerade mal oder was die zweites pokémon ne es war ihr erstes ne kann sogar sein dass sie noch ein zweites hat gewissheit was war das das ziel während der runde schon schaden genommen wird ich der stärke der attacke verdoppelt oh das ist geil komm mach den schmeichel weg ich brauch den eh nicht ich werde den wahrscheinlich eh nicht einsetzen kann zwar sein dass ich zukünftig bereue aber ich würde zumindest jetzt zum jetzigen zeitpunkt sagen ich werde eh nicht einsetzen ok ok ja kein pokémon na gut dann heißt es jetzt beide teammitglieder hier zumindest die wir beide dabei haben dings hier unser lichter haben wir weggepackt weil das hoch gelevelt ist sonst würde es uns beim arena leiterkampf nicht mehr gehorchen wer ist jetzt weiter leben lasse das wäre nicht so geil so ich möchte es nämlich sehr gerne gegen arena leitern können weil er ist recht halt wegen typ feuer er hat schon die beste möglichkeit müssen mich sehr gerne damit kämpfen und es geht ja nicht wenn wenn das mir nicht gehorcht du willst noch kämpfen so ein klonkett mit so einer aura das heißt es irgendwie keine ahnung was würden hier letzte oder schwert und schild da verstärkt ich bin da gar nicht mehr sehen let's go war es dann halt ob es größer oder kleiner ist da war es dann rot oder blau entsprechend ob das größer oder kleiner ist aber wie war es jetzt ein schwert oder schild ich weiß es gar nicht was da jetzt erhöht wird es ist halt stärker oder keine ahnung ich würde sagen da muss ich das jetzt mit bis und gewissheit wäre es nichts irgendwas bei nicht irgendwas dummes passiert dann sollte es klappen sonst wäre noch ein bis durchhalten der teckel juckt mich nicht und gewisser müsst jetzt doppelten schaden machen ok sieht mir aber nicht nach doppelten schaden aus ach in der runde hat das ziel während der runde ach so also im doppelkampf bringt mir das was ne das heißt wenn irgendwer anderes schon einen pokémon angegriffen hat im doppelkampf dann kriegt er das auch dass ich da wenn ich das gleich pokémon angreifen was schon einmal schaden bekommen hat dann kriegt das mit gewissheit doppelten schaden das heißt bringt mir jetzt in dem fall nichts nur ein doppelkämpfen ja es ist auch gleich stark beides auch physisch beides einfach exakt ist dasselbe so dass das halt diesen bonuseffekt hat wenn es schon einmal angriffen wurde und bis halt die zuhörte effekte das ist jetzt hier wenn es als zweites angreifte zurückschreckt halt wenn ich zuerst angreife ja da ist mir der effekt auf jeden fall hilft er mir auf jeden fall mehr das war eine schöne aura aber untersuchen darf ich dich trotzdem nicht sonst gehe ich da nur ein risiko ein davon ist auch schon vorbei ok gut davon ist auch noch bete ist ach du scheiße psycho pokémon der psycho pokémon bämon vernichte ihn vernichte diesen verdammten angeber fetz ihn auseinander da kannst du deine psycho pokémon in den hintern stecken alter geiler scheiß gerade habe ich auch extrem viel lack mit den getauschten pokémon kann es sein erst flavia also unser licht dass hier auf route 3 alles weg metert und jetzt auch noch bämon der cb ist vollkommen blamieren wird oder wie alles klar also gerade muss ich nicht sagen habe ich nicht mega lack hier ohne zutro psycho macht da fertig bis und weg würde ich sagen level 13 ja gut rest im mülleimer würde ich sagen das ist so geil das ist so geil ach cool das obwohl ich eigentlich angst hatte vor der challenge aber gut wir sind auch noch nicht beim ersten arena alter gewesen also ja ob jetzt hier zum anfang muss ich sagen cool einfach nur cool das das soll ich das ist nur psycho ich dachte jetzt kurz aber nur die weiterentwicklung ist vom typ für psycho bis und weg obwohl es level 16 ok gut das hat überlebt aber zurückgeschreckt opfer zurückgeschreckt und tschüss was ein geiler scheiß bämon meddard der cool das pokémon was war das wollen wir morgen sind warte das lebenslug das psychophie ich schätze mal ist jetzt nur psycho oder hoffe ich mal es kann auch sein dass es psychophie ist ne es ist nur psycho ok spaßkanone angriffsding ok das bringt ja tatsächlich was aber eigentlich nicht nur es denkt man einen angriff den ich brauche aber deine kp ja sagen da was dagegen stirbt trotzdem egal ob der jetzt mein anderes senkt oder nicht ja cool pech kp das würde ich mal sagen richtig weggeordnet habe ich den das nur weil ich da jetzt mit dem tausch glück hatte dass ich da bämon bekommen habe der hat ihn richtig gekillt ok fehleranzeige wow ok ja cool kann man auf jeden fall zufrieden mit sein ich würde sagen ja route 4 jetzt fangen wir uns ein neues pokémon ich bin gespannt warte mal kann man sich bei euch wirklich hier ja tatsächlich ein mobiles pokémon center ja gut dann nehme ich das ap wieder vollgehielt und kp wenn es dann der fall ist falls es brauche aber hier sind auch einige trainer hier sind auch einige trainer und da ist halt immer noch öfters das risiko dass sie mir nicht gehorchen soll ich ja eventuell nicht sogar ein paar trainer auslassen und was kommt soll ich sogar nicht ein paar trainer auslassen und dann danach der arena eventuell kämpfen wenn es nicht sogar schlauer ich glaube ja oder sonst geht das risiko halt ein dass zum beispiel bämon zu hoch gelevelt wird aber flavia ist auf jeden fall ein risiko dass das darf nicht weiter werden ist schon noch zwei level dann ist es dann gehorcht mir nicht mehr gegen den würde ich sehr gerne noch kämpfen und würde sagen wir gehen dann lieber machen lieber nur höchstens den hier oder noch einen anderen oder so und gehen dann zur arena stahl jetzt wissen wir wissen dass es viel stahl ist aber ich habe jetzt leider flavia nicht mit und nicht auf stahl sind nicht sehr effektiv ne ansierblatt ist glaube ich auch nicht sehr effektiv stahl ist ganz ganz gemein nicht sehr effektiv nicht sehr effektiv alles würde ich jetzt mal sagen noch beide auf level 17 also levitations macht auch nicht besser aber donkey kong hat ja einen item was seine pflanze attack verstärkt ich würde sagen dass er schlauer haben zu dunkel kommen rüber zu gehen und ist auch noch eine weiterentwicklung das war das mogelheb ich glaube ja ja das juckt mich nicht ich sollte die chance hat sich zurückschrecke aber ja er ist nicht effektiv aber ja ich habe nichts anderes das macht hat die meisten schaden würde ich jetzt mal schätzen zumindest mit meinem item hatte bei mir und nicht so viel schaden gemacht anders komme ich jetzt nicht durch wie gesagt ich habe klar wir nicht am start weil die hat sonst so gelevelt wird einfach rasierplatz beim und überlebt ist auch noch klappen knapp und es ist auch die ganze heule ein also davon profitiert dann natürlich auch noch aber es ist besiegt und daunen mit viel mühe und not ja okay bei donky young ist es ja egal ob das höher gelevelt ist nur die pokémon die die nicht von mir sind die getauschten also quasi alle außer mein starter die gehorchen bin ich ab level 20 netbo wieder ein problem dass ich klar wäre nicht am start aber wie sagt die wollen wir nicht leveln ist ein bisschen doof uns da jetzt so durchschlagen und es ist sogar aber ich muss wechseln mit seinem flug und für käfer attacken macht er mich auch für unlicht oder ich glaube käfer ist auch für unlicht sehr effektiv aber flug nicht aber ich muss wechseln das macht der dunkel kommt fertig über fadenschuss ich wirklich so viel schneller benutzt du weiß ich ja nicht wo gehe ich kann jetzt mal mogi probieren es wird geschreckt perfekt bis ja ist schnell als ich keine ahnung warum man immer noch auf fadenschuss geht dann nutze ich jetzt einfach mal die dummheit meines gegners aus aber schneller ist er ja schon ok solange er jetzt nicht irgendwas einsetzt was mich killt pfff Junge du bist schon schneller als ich hallo schreib mal dein hirn ein pfff wow das war jetzt die dummheit meines gegners sammurzel das ist auch nicht die welt ne so aber das wirkt mich nicht ja das kriegt er hin das kriegt er hin balser stein ok wird aber jede runde stärker ne naja gut guckt mich eh nicht hat mich nicht zu jucken boah warte bellman kommt auch langsam hinterher der ist auch schon level 18 glaube ich würde sogar sagen wir gehen jetzt zur arena wie gesagt ich will das risiko nicht eingehen dass mir dings nicht mehr gehorcht ja ja die ganzen trainer mache ich wenn ich mit der arena fertig bin ist jetzt leider so hm achso hi ja wir wollten dich eh treffen ne kommst du ja gerade recht ach ja stimmt ich wollte ja auch mein gott ich bin so dumm ich wollte ja noch ein pokémon fangen ich wollte doch noch ein pokémon fangen ja das mache ich vorher noch mal vielleicht kriegen wir irgendwas was wir gegen jero einsetzen können vielleicht das problem ist halt dass ich das halt aber wieder leveln muss dann gucken wir mal dann gucken wir mal eventuell wir gucken erst mal was wir bekommen so die auf der rote liegt ja auch noch was ja aber ich will gerne einen pokémon fangen ohne in einen trainer rein zu rennen wäre sehr nett eins was in der nähe ist gegen mich habe ich schon gekämpft ok komm hier fritzel fritzel oder wie es jetzt auch mal heißt du kommst das einfach mal her vielleicht lässt sich ja auch von den pokémon einfach so fangen ich probiere es mal bitte sei gnädig ne die sind wir nicht wäre auch zu schön gewesen ähm ein bisschen würde ich sagen oder wenn er das überlebt hoffentlich oh gott zweimal angriff gesenkt auch kein schwachsinn ey ok kommt das muss klappen wenn nicht schmeiße ich einen superball wie gesagt er darf nicht sterben sonst darf ich hier keinen pokémon auf der rute fangen sonst ist das wieder vorbei und da habe ich jetzt gar keinen bock mehr drauf da habe ich jetzt schon zwei fangbare pokémon verkackt oder sogar drei oder sogar drei glaube ich jetzt möchte ich sehr gern wieder mit erfolg rausgehen na ok immerhin musste keiner sterben und äh wir haben das persönlich gefangen unnötige erfahrungspunkte und pokodex eintrag der auch nicht juckt ach ne ich wollte es ja umbenennen aber egal dann halt nicht diesmal ich will es jetzt einfach vertauschen das ist jetzt in meinem team drin ja doch aber ich muss es ja hier kurz in der box packen um das tauschen zu können so hinterher hat funktioniert immer noch gut also bliss und schüß und stehen noch eine gute reise um die welt das war diesmal ohne meinen namen aber ja muss ja jetzt nicht sein tritt dieses pikachu kitty rum alles klar na komm lass die leute nicht warten dankeschön und trommelwürmer bitte kriegen wir wieder etwas besonderes naja das ist jetzt eigentlich nicht so der krache ja wieder ein feen pokémon ja sogar nur fee hokumil hat eine interessante weiterentwicklung aber ja bin ich jetzt auch nicht so der fan von ich glaube das kann sich nur ganz bestimmt entwickeln oder ich glaube es braucht irgendwie so eine was war das so ein item und da muss man sich irgendwie im kreise drehen dann entwickelt es sich aber welches item war es irgendwas süßes irgendwie das habe ich glaube ich noch nicht na gut ich habe auch nicht so viel aber ich glaube ich weiß wo ich sowas her bekomme hm ich weiß nicht aber ich muss es ja nehmen wie gesagt das ist so bei der randomizer challenge äh randomizer wonderlock challenge ich muss das nehmen ob ich will oder nicht und es schweren japanisches das heißt kann ich bestimmt schon wieder nicht umbenennen oder ach leck mich doch am arsch aber jetzt muss ich eh wieder leveln also hm ja gut oder ja doch komm ich level das schnell und dann äh sehen wir uns äh gleich wieder mit keine ahnung level 16 17 keine ahnung ihr werdet sehen bis gleich huiuiui lange hat es gedauert aber jetzt habe ich es einigermaßen auf ein level gebracht nämlich auf level 15 hätte ich jetzt noch 15 oder so gebracht dann äh hätte es noch länger dauert also diesmal hat es tatsächlich ziemlich lange gedauert weil ich kann mich auch noch äh bei beim man habe ich glaube ich auch noch einen sonderbomb morgen nutzen müssen um das ja voll auf level 14 glaube ich zu bringen aber ja hier habe ich es jetzt komplett durchgelevelt und ja das hat schon ordentliche zeit gefressen und ja dafür kann es jetzt aber ja dafür ist es jetzt halt level 15 und tatsächlich sogar die riskus gerade eben auf level 15 erlernen das ist schon echt nice ich bin feier die riskus mega kann man sich selbst heilen und ja auf jeden fall mega nice attacke schon mal eine gute attacke moveset und ja schon cooles pokémon nur weiß ich halt nicht wie ich jetzt halt wirklich so spielen soll weiß halt nicht weil wir haben halt auch eigentlich schon einen feepokémon im team aber ja wir werden gucken wir uns irgendwie einsetzen können vielleicht entweder vielleicht pack ich auch mal auf dem backup oder so ich weiß auch nicht vielleicht man auch für eine gewisse weise auf dem backup oder so ich weiß es nicht ich habe also eine backup box wo ich gewisse pokémon immer manchmal auch packe erst recht wenn es halt in solchen fällen gibt die ich nicht leveln will oder so jetzt flavia habe ich hier nur wieder einfach mal ein paar auf die backup box und ja recipe scops box gibt es noch keinen den wir darauf schicken mussten dann bin ich schon ein bisschen glücklich aber sind auch gerade jetzt am anfang also ja gucken wir mal wie lange das noch leer bleibt so hoffe ich mich wieder nerven dass da in die arena ist ja habe ich schon gesehen ach nee hab sogar den arena leiter schon getroffen vorhin also ja ja auch nicht so wir müssen erst mal zudem sind wir müssen erst mal zu sagen hier wieder hinten auf uns wartet aber es ist jetzt wieder ein japanischer spitzname oder darf ich jetzt umbenennen kann auch sein dass es der das so dass der japanische name ist und er ja ich kann ihn wieder nicht umbenennen fuck ihr scheiß japaner was euch warum müsst ihr immer so eine drecks spitznamen geben warum guck dir mein team an ich habe ich habe zwei japanische pokémon ich auch nicht umbenennen kann ich hasse euch einfach blöden japaner böse richtig böse auf euch so jetzt kommt mir erst mal wieder ein paar tränke ich bin habe mich ordentlich ein paar verwenden müssen so ein paar mehr so wie ein paar habe verkaufen kann ich ja auch schon was da haben wir ein bisschen mit stuff schon gefunden hier so ein sternstaub ein sternstück ein nugget riesenpilz vier stück 10.000 und die mini pilze da ich auch nicht weiß wie ich den anfangen kann kommen die auch weg so und ich behalte ich reicht aber wieder ein bisschen geld da war eigentlich war es nur geheilt habe ich würde ich sagen gehen wir zu sanier gucken wir mal was du von uns will zu sich weil sie die will uns einfach irgendwas mit der mit der story voll haben also um das dinamax phänomen und das besondere pokémon was wir da im wald getroffen haben und im allgemeinsten falle um diese finstere nacht ja erst aber leider erst später dieses thema sein wird also ja wird sind es erst erst mal nur damit langweilen ist halt ein bisschen doof dass hier ist mit der story erst zu spät anfängt finde ich auch richtig kacke an dem spiel also eins der kritikpunkte größten kritikpunkte ist dass die story einfach viel zu spät toll wird ganze spiele über die ganzen arenen und so einfach nur langweilig und unnötig wie gesagt das am anfang ist ganz cool aber ja wirklich richtig geil wird die story erst ja wenn wir da das finale haben was ich aber jetzt noch nicht spoiler für die dinge wie das schwert jetzt gleich gesehen oder das spiel nicht gespielt haben was ich zwar eher weniger glaube ich habe schon vorher mal gesagt die meisten die die solche challenges gucken haben das meistens schon selber gespielt oder gucken das einfach nochmal oder so als mit diesen challenges ja ich habe mal trotzdem nichts zwei beleber sagen ja die bringen mir nichts ich bin ich bin hier man wonderlog challenge wenn er wenn meine pokémon tot sind sind sie weg bringt mir nicht mit mir um beleber nichts mehr muss ich dich leider enttäuschen oh tafelwasser okay das gönne ich mir wir müssen sie nicht geben aber an arena kam schaffen wir leute leider nicht mehr glaube ich hm ne ich kann mich höchstens noch hier ein bisschen rumschauen aber arena schaffen heute leider nicht mehr das verkauft du hier verkaufst du überhaupt irgendwas ne unnötig hier hinten gibt es ein item topel lieber bringt mir auch nichts toll danke für diese unnötigen items mir einen scheiß bringen in dieser challenge cool ja da vorne wartet top auf mich kann ich hier drüben schon irgendwas machen da kann ich nicht weiter ja aber vielleicht gibt es hier drüben noch irgendwelche items ja mit sicherheit oder da kann ich schwimmen wenn ich schwimmen könnte mit dem fahrrad habe ich aber nicht habe weder das fahrrad noch das upgrade hier ist das ein ewig stein sorgt für einen entwicklungsstopp also blödsinn tm 97 wirbler das war auch glaube ich wieder müll hm ja eigentlich müll ja freut nicht gibt mir doch eigentlich mal eine gute tm wäre ich zumindest mal sehr dankbar also zumindest eine die ich gebrauchen kann weil da gerade nischt absolut gar nichts ja gut hopp was willst du du musst mich wieder nerven achso der hat die wow wow ging aber schnell dann hoffen wir mal dass wir den auch in der nächsten folge so schnell wie hopp hinkriegen ich bezweifle es aber wir können es dann mal versuchen also auf jeden fall wenn euch die folge gefallen hat du lasst einen like da aber nächstes Mal bei Pokémon Schild Wonderlog Challenge haut rein und schau wir können es ja mit dem die 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 den die die das sie